Ich glaube, wenn ich jetzt speichere, bringt mir das eh nichts. Ich muss das, glaube ich, sowieso nochmal neu machen. Ach, das sind Trommeln. Kann das sein? Ich gehe jetzt nur so mal... Faro-Automaten zu lösen. Wo bin ich denn hier? Ist ja geil. Ich will hier rein. Da komme ich nur rein. Von der Seite. Okay. Was ist da unten? Ich habe hier voll den Schießungen. Du warst da unten? Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Okay, da ist jetzt ein Todbringer. Hm. Das wird zu schwer. Vielleicht kann ich den ja hier hinlochen. Was ich hoffe. Was ich einfach mal hoffe. Noch eine Explosion. Kein Platz mehr. Komm ich da hoch? Oh, bitte, Enttäusche mich jetzt nicht. Okay, das wird ein Arena-Kampf. Ich kriege den nicht hier hoch. Gut. Das wird ein Arena-Kampf. Ja. Was ist das? 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 Oh 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 Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Oh 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 Das ist nicht alles Oh 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 Echt jetzt? Was ist das? Eklipsoffizier. Der ist tot. Aber das ist doch noch nicht alles. Das ist eine Falle. Kannst du nicht sagen, dass das Ding... Das ist nicht schlimm. Ich sag dir, das ist so eine Falle. Gut, was kann man herstellen? Das ist voll... Das ist, äh, sorry. Das ist sowas von... Ich wollte schon sagen, eine Falle. Okay, pass auf. Nehmen wir mal an, das Ding kommt gleich hoch, ne? Dann da hoch. Okay. Echt, hab ich nichts besseres? Das ist da, das ist nichts, da ist nichts dran. Oh, hier? Ja. Wobei man merkt, ich kann die nicht mehr machen, ne? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt unakzeptabel, unakzeptabel, un... Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Wieso ist das für mich eine Falle? Also ich glaube, Hades ist eine künstliche Intelligent. Ihre Mutter oder sie selber, je nachdem, was wir da jetzt halt haben, ne? Ähm. Hat gegen Hades gekämpft. Entweder hat sie sich selber wieder jung gemacht, was das auch so erklären würde, warum, ne? Okay, gut. Der Kampf war jetzt ein bisschen lame. Okay, gut. Gebe ich ja auch zu. Aber hey. Wenn wir schon alles haben, dann haben wir das auch schon. Sieht eng aus. Aber ich kann mich durchquetschen.